An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ihr seid in der Räuberhöhle angekommen. Ihr habt den Bergwerkstollen hinter euch gelassen und tretet nun hinaus in eine sehr, sehr große offene Höhle. Und in dieser Höhle seht ihr geschäftiges Treiben. In der Mitte fließt ein kleiner Fluss. Überall sind kleine Haufen von Schutt, sind ganz viele große Steine, die von der Decke anscheinend runtergekommen sind. Und in diesem gesamten Trubel könnt ihr mehrere Hütten ausmachen. Teilweise sind die Hütten so ein bisschen eingefallen, also nicht mehr ganz so wirklich gut in Schuss. Aber anscheinend immer noch durchaus zu bewohnen. Was auch die Anwesenheit von einigen Schergen, wie ihr von da außen sehen könnt, schon ziemlich deutlich macht. Wenn ihr über diese Hütten hinweg guckt, könnt ihr einen primitiv zusammengehauerten Steg sehen, der in Richtung Öffnung der Höhle geht. Und diese Höhle wird dann nach draußen hin, wird dieser Eingang immer größer und hat nachher bestimmt so 40 Meter an Durchmesser. Und Tageslicht fällt in diese Höhle rein, aber es bieten sich immer noch schattige Plätzchen, sodass ihr euch durchaus vielleicht sogar verstecken könntet, ohne gesehen zu werden. Ihr seht diese sechs Hütten und es laufen und patrouillieren bewaffnete Menschen von A nach B und von B nach C und unterhalten sich und machen komische Witze. Und sobald einer anfängt laut zu lachen, heilt es von diesen Höhlen wieder und es bricht sich dieses gesamte Gelächter innerhalb dieser Höhle und wird auch vielfach verstärkt. In der Mitte des Platzes könnt ihr einen Menschen ausmachen, der gerade mit einem Ork redet. Und dieser Ork ist seltsam befällt. Sein Fell ist, ja es schimmert bläulich, also sobald er sich in das Sonnenlicht dreht, was in diese Höhle teilweise einfällt, schimmert es einfach bläulich. Und die beiden unterhalten sich sehr, sehr angeregt, während halt im Hintergrund mal hier, mal da immer eine Wache mal aus dem Haus oder aus dieser alten Hütte rauskommt, nachher wieder drin verschwindet oder halt auch mal eine Hütte wechselt. Diese Menschen sehen uns jetzt nicht unbedingt freundlich gesonnen aus. Also das ist jetzt nicht die Creme de la Creme der Gesellschaft. Verstehe ich das richtig? Das verstehst du komplett richtig. Da siehst du schon, dass diese Menschen mit teilweise sehr abgewetzten Klamotten durch die Gegend laufen. Sie sind also nicht uniformiert, gehören anscheinend also wirklich dann irgendwie keiner einzigen Armee an, sondern sind ein wildbunt zusammengewürfelter Haufen. Der eine, den ihr so gerade sehen könnt, hat auch schon ein blaues Auge und eine dicke Narbe so an der rechten Wange. Das könnt ihr alles sehen. Und so richtig gut sind diese Menschen, die da rumlaufen, nicht. Also es muss irgendwie eine Art Söldnerhaufen sein. Aber die sehen uns jetzt noch nicht. Nein, die sehen euch nicht noch nicht. Also ihr seht, ihr kommt gerade runter, ihr steht quasi auf einem Vorsprung. Der aus diesen Bergwerkstollen herausgekommen ist und ihr guckt euch die Szenerie quasi aus einigen, so circa 20, 30 Metern, guckt ihr euch diese Szenerie von oben aus an und ihr seid ja ganz, ganz vorsichtig aus diesen Bergwerkstollen herausgeklettert und kommt halt in diese Szene rein. Vor einem Zelt könnt ihr sehen, dass einer von diesen Räubern, der steht immer da und guckt immer links und guckt immer rechts, aber er bewegt sich nicht. Er bleibt immer vor diesem Zelt stehen. Während andere immer so ein bisschen Patrouille laufen. Also ist das ein interessantes Zelt. Die, eine Frage zur DSA-Welt. Menschen sind sehr gläubig und Götter sind real oder zumindest, also Religion ist sehr stark. Religion ist sehr stark, ja. Götter gibt es auch, ja. Sie zeigen sich natürlich nicht so anscheinend in der Welt, aber ja, doch. Aber es gibt schon Propheten, die auch mit Göttern irgendwie kommunizieren oder so. Also das wäre jetzt schon eher. Ja, die gibt es. Ja, aber ich frage, weil meine Idee ist ja, offensichtlich ist das ja eine Höhle, die in irgendeiner Weise akustisch so gut gebaut ist, dass man einen kleinen Schabernack treiben könnte, wenn man quasi aus dem Off entsprechend mit eventueller Magie, die unser toller Magier ja hat, eine Stimme in so einer Weise verstärkt oder verzerrt. Und quasi als der Gott, der, was weiß ich, die Beschergen, whatever, die anbeten, in irgendeiner Weise auf die einzuwirken, dass die so viel Schiss kriegen, dass die abhauen. Das ist der große Plan. Deshalb frage ich danach, wie real Götter und Propheten sind. Dann könnten wir nämlich schön aus unserem Action irgendwie einen kleinen Schabernack treiben und dann wären die alle weg und wir müssten nicht kämpfen. Das ist meine Idee. Ja. Deshalb frage ich das. Können wir das realisieren in irgendeiner Weise? Liebe Gruppe, wie kriegen wir das hin? Ähm, das nicht. Also das ist sozusagen, dass wir uns so verstärken, dass die unsere Stimmen verstärken. Äh, das kriege ich nicht hin. Den Zauber kann ich nicht. Aber ich kann einen anderen Zauber. Und zwar Duplikatus. Also ich kann von jedem von uns zwei Doppelgänger erstellen. Okay. Ja, weil gut wäre ja so eine Stimme aus dem Off. Also die Idee ist ja, dass quasi der Gott zu denen spricht und denen irgendwas Schlimmes androht oder irgendwie, keine Ahnung, hingibt, dass es woanders fettere Beute gibt. Also wir brauchen quasi eine Botschaft als Gott, die wir diesen Schergen senden, die sie entweder in Angst und Schrecken versetzt, dass sie abhauen oder dass sie abhauen, weil sie woanders quasi geschickt werden. Und das müssen wir in einer überzeugenden Art und Weise machen. Das heißt, wenn es eine weibliche Göttin ist, würde ich diese Stimme sprechen. Und wenn es ein männlicher Gott ist, würde entweder der Zauberer oder der Zwerg vielleicht. Und dann kann man ja in irgendeiner Weise so eine Nachricht senden. Und dann müssten wir gar nicht kämpfen und bleiben heil. Die Idee ist nicht schlecht. Ich meine, ich weiß noch nicht, Kombination aus irgendwie Stimme verstellen und sehr, sehr laut durch einen Trigger oder so schreien und könnte irgendwie eine große Lichtgestalt machen oder so. Vielleicht muss man gar nicht so schreien, wenn die Akustik ja schon so ist, weil das ja so gerade auch anmoderiert wurde. Und das könnte ja oder was auch Schönes entflüstern. Also wenn wir die Duplikate, die du von uns erstellen könntest, können die auch flüstern oder können die nur gesehen werden? Die können nur gesehen werden. Aber wenn wir ja zu dritt ganz schnell... Ich hatte mir gedacht, mit Schreien, dann hätten wir richtig einen Dröhneffekt. Ja, ich dachte mit so Flüstern. Weißt du, das ist viel creepier, wenn du denkst auf einmal, oh wow, hier ist jemand und der flüstert dir irgendwas ein von wegen, du bist gierig. Und der Hauptmann, der zahlt euch nicht genügend Geld. Und habt ihr das nicht mal überlegt, wie das mit einer Meuterei wäre, weil ihr seid für euren Job ja viel zu unterbezahlt. Und das flüstert man so quasi durch diese Höhle. So ganz leise. Ich denke mir vor, wenn wir von verschiedenen Plätzen flüstern könnten. Ja, das wäre gut. Auf die Einrichtung. Das geht. Das kriege ich hin. Das kriegst du hin? Ja, also sozusagen, ich kann mich ja teleportieren. Und da könnte ich mich ja wahrscheinlich so ein bisschen hinter einem Zelt irgendwie teleportieren. Dass wir aus verschiedenen Ecken das einflüstern können, wie schlecht die alle behandelt werden von diesem Boss. Und dass sie die wie Fußabtreter nur verwendet. Und dass die ja alle viel zu wenig Geld bekommen und so gute Arbeit machen. Und das geht ja gar nicht. Und man müsste die so ein bisschen anstacheln. Das finde ich schön. Das wäre so ein guter Plan. Das geht bestimmt. Und wenn es nicht schief geht, kämpfen müssen wir sowieso so, wie sich die Lage hier ausbreitet. Da kann man das ja auch erstmal ein bisschen so probieren. Und wenn dann der eine oder andere schon abhaut, dann haben wir vielleicht Glück gehabt. Also was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt hier seht, ihr seid jetzt ungefähr, ich sag mal so zwei Meter über so einem kleinen Abgrund. Also es wäre kein Problem, euch zur Kante fallen zu lassen und euch dann quasi so lautlos möglichst auf dem Boden. Auf so Tischen überall, hier vor dem Fluss und auch hier an den Hütten ran, findet ihr wirklich halt Steinhaufen, wo ihr wirklich von nach huschen könnt. Also die sind so gebaut und bieten euch so viel Deckung, dass ihr zwar eine Probe auf Verbergen machen müsstet, aber es wäre möglich. Und wenn Torkil sich natürlich teleportieren würde, müsstest du dich zu der Hütte teleportieren können zuerst, die du zu deiner Rechten siehst. Das müsste in deiner Reichweite sein. Nein, ich habe zehn Meilen. Also ich glaube, das ist durchaus in meiner Reichweite, ja. Aber vielleicht können wir, bevor wir uns trennen, erstmal probieren, wie weit das Gewisper kommen würde, wenn wir von da anfangen, wo wir sind. Weil wenn das ja durch die Höhle verstärkt wird, dann ist das ja nicht ganz so genau auszumachen, aus welcher Richtung das dann auch erstmal kommt. Das heißt, wir sind nicht direkt auf dem Präsentierteller. Wie heißt denn der Gott der Diebe? Oder gibt es sowas? Der Gott des Unglücks, der Diebe, der Zwiespalt, irgend sowas? Boah, das fragst du einen Spieler, der dir das erste Mal DSA leitet? Das tut mir leid. Wir können den ja auch so instant erfinden, aber ich dachte, als dieser Gott würde ich unsere Gruppe natürlich ganz gerne ausgeben. Weil das ist natürlich dann der, also den werden die ja dann wahrscheinlich anbeten. Das wäre dann der Gott Fex. Fex, ach ja. Ja, okay. Fex. Fex ist männlich? Fex ist männlich. Gut, dann würde ich natürlich einen der Herren... Okay, nur für Tara ist er halt, ist er halt, ist er Day. Nein, nein, nein. Meine Figur ist ja männlich. Genau, es geht ja nur darum, dass dann jetzt ein Mann erstmal anfängt zu wispern und ich da nicht mit meinem zarten Stimmchen komme. Und da glauben die mir das ja nicht. Nicht wahr. Das ist eine mächtige Frau. Eine stark unabhängige Frau. Ja, aber sehr männlich ist die Stimme halt nicht. Nein, nein, nein. Ja, okay. Okay, also euer Plan ist jetzt welcher? Also ich würde vorschlagen, wir zählen sehr in Zwietracht. Also wie wisst man den Leuten zu, dass sie arm dran sind und dass ihr Anführer ihnen Geld und Beute unterschlagen hat und er sie wie Dreck behandelt und dass man sich ja so nicht, also es gibt ja, das darf man sich nicht gefallen lassen und schließlich sind alles Diebe und Schurken und ist ja hier nicht die Wohlfahrt und da muss ja jeder zu seinem Recht kommen. Und das kann ja nicht sein, dass einer mehr hat als andere. Das sollte erstmal vielleicht reichen. Und wenn es draußen fettere Beute gibt, dass die dann auf jeden Fall ein bisschen einen Drive nach draußen aus der Höhle rauskriegen oder so? Ja, vielleicht, dass die sich erstmal selber die Köpfe einschlagen, weil wenn Zwietracht schon gesät ist, dann agieren die ja nicht mehr als Gruppe und wenn dann einer kommt und sagt, geht da hin, dann sagen die, nee, wieso? Warum? Wir haben gehört, du hast unsere Beute unterschlagen. Und wenn die dann gegenseitig meutern und vielleicht die Drecksarbeit für uns erledigen, dass die sich erstmal gegenseitig umbringen, dann hätten wir ja müssen nur noch zur Prinzessin durchmarschieren, die mitnehmen und rausgehen. Das wäre ja best case so für uns. Also die Idee an sich finde ich ziemlich nett. Jetzt ist nur die Frage von wegen so, wie können wir das Ganze regeltechnisch darstellen? Gibt es sowas wie Glück oder so, auf das man werfen könnte? Verreden? Einschüchtern? Betören, ich kann betören, das ist ja quasi, ich betöre die in dunklen Ecken ihres Geistes, so bla, ne? Das muss ich erstmal unterwürfeln, dann ansonsten meine Betörensachen. Da bin ich sehr schlecht. Da musst du deine Stimme tief machen. Ja, sonst muss ich betören. Ich meine, wir können das ja alle machen. Also die Idee ist ja, dass die Stimmen immer mehr werden. Also dass wir eine Stimme machen, eine langsame Stimme, dann eine zweite und dann reden wir auch schneller und verstellen selber die Stimmen, dass quasi das immer mehr und mehr wird. Also die Stimmen in deren Kopf, die sie hören, werden immer lauter. Also was ich euch anbieten kann ist, Matthias kann mit Torkil einen Zauber machen, der heißt Blitz dich findet. Und dann würde ich euch, das müsst ihr euch selber entscheiden, wer das denn jetzt anfangen möchte, eine Probe auf Einschüchtern würfeln lassen. Das soll dann halt so dieses Laute in die Höhle reinrufen, den Hall ausnutzen, das soll das dann im Prinzip unterstreichen. Und wenn das dann parallel läuft mit Matthias seinem Blitz dich findet, das fände ich schon ziemlich cool. Ich hätte das gar nicht so laut gemacht. Ich hätte das als kleine Stimme in jedem Kopf, dass nicht jeder sicher ist, ob man das überhaupt hört oder ob das in einem eigenen Kopf ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber trotzdem ein bisschen einschüchtern. Aber einschüchtern ist natürlich, also wir können auch den Knall loslassen. Ich bin für beides zu haben. Also ich glaube einfach, dass das dann eher ein Zauber ist, der irgendwo noch dann erlernt werden müsste, beziehungsweise der dann zum Tragen kommt. Von daher würde ich jetzt euch das vielleicht erst mal so angedeihen. Das ist gut. Lassen. Atrix, wie viel hast du denn bei Einschüchte? Da habe ich einen Fertigkeitswert von sechs. Das ist gut, dann fang du doch mal an. Ich habe nur zwei, aber danach ist deine Chance vermutlich erst mal höher. Ja genau, bei Betören hatte ich nämlich null zum Beispiel. Ah ja, da hatte ich sechs. Und bei zehn bis neun so. Ich dachte, nicht Betören. Okay, erster geschafft. Zweiter geschafft. Beim dritten, ja, mit meinem Fertigkeitswert, ja, geschafft. Den kannst du ausgleichen. Okay, Zara, du siehst mit Andrix ja hier relativ viele Leute stehen. Du siehst einmal den Menschen, der mit diesem Ork spricht, die immer noch so ein bisschen auf und ab gehen, aber in einem, ja, ziemlich hitzigen Gespräch sind. Also du kannst nicht ganz genau verstehen, was sie sagen. Dahinter siehst du einen Menschen, der die beiden Daumen so vorne in die Gürtelschnalle quasi reinhängt und einen auf dicke Hose macht, so als ob er ein bisschen Rasierklingen unter der Arme hat. Steht er da und guckt immer links und guckt immer rechts und weist immer irgendwelche Leute zurecht, die da gerade vorbeilaufen, dass die doch ein bisschen besser aufpassen sollen. Vor dem Zelt siehst du diesen einen Menschen, der sich quasi nicht bewegt, der immer nur links und rechts guckt, sonst aber da stehen bleibt. Und mehr siehst du nicht. Auf wen möchtest du das denn machen mit dem Einschüchtern? Ich würde eigentlich gerne auf den Typ, der die Läuterung schubst, so. Ja. Also bei ihm und die Leute, die da so bei ihm in der Umgebung gerade sind, in seinem Radius und gerade ausgeschimpft wurden von ihm. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Mhm. Du hast deine Probe gerade, hast du gesagt, hast du durchgekriegt, ne? Genau, habe ich durchgekriegt. Wie willst du das denn machen mit dem Einschüchtern? Was willst du da durch die Höhle brüllen? Ähm, also, ist es das, wozu die Gilde meiner Gefolgsleute verkommen ist? Ein Haufen Memmen, die sich in einer Höhle gegenseitig herumschubsen lassen? Ja, okay. Matthias, willst du dann noch versuchen, deinen Blitz hinterher zu ziehen, irgendwo? Genau, ja. Das würde ich dann jetzt machen. Dann brauche ich Mut, Intuition und, ja, dreimal geschafft. Perfekt. Wo willst du den Blitz denn landen lassen? Willst du den durch eine Figur durchjagen? Oder willst du sagen... Nee, eigentlich so mittig sozusagen, dass den wirklich alle sehen können. So hier bei dir, da wo die Steine sind, die Dreierkonstellationen. Ja, genau da. Okay, alles klar. Also hier vorne liegt wirklich noch so ein Trümmerhaufen und, ja, da willst du den einschlagen lassen. Okay, alles klar. Soll erst der Blitz oder soll erst die Stimme kommen? Ähm, erst die Stimme. Und sozusagen als Nachdruck dann den Blitz. Okay. Nachdem Adrix seine Hass-Tirade losgelassen hat, kommt von oben, durch diese Höhlen-Decke, kommt von oben dieser riesige Blitz runter und zersprengt diesen Haufen von Steinen, der liegt. Diese Steine, die hier liegen, die fliegen auch so ungefähr 10, 15 Meter fliegen durch die Gegend und fliegen auch teilweise den Leuten einfach an den Körper dran. Ähm, und sind völlig überrascht. Es bricht ein völliges Chaos aus. Aus den Hütten kommen plötzlich Leute rausgelaufen. Die stehen vor den Hütten und rufen, was ist hier passiert? Was ist hier passiert, Anführer, was ist hier passiert? Und der plötzlich, der zwischen den Hütten gestanden hat, macht sich jetzt hier los und brüllt seine Leute an. Seht zu, dass ihr denjenigen findet, der uns hier verarschen will. Das geht ja so wohl nicht. Und dieser Ork und der andere Typ, der hier vorne sich gerade noch in dem Moment regelrecht gut verstanden haben, in Anführungszeichen, gucken sich plötzlich mit weit aufgerissenen Augen an. Ihr versteht nicht, was sie sagen, weil dieses heillose Durcheinander plötzlich da gerade stattfindet. Aber ihr seht, wie der Mensch dem Ork einen ziemlich dicken Sack in die Hand drückt, der doch vielleicht ein bisschen Gewicht hat. Und die Leute laufen jetzt los hier, ne? Die laufen jetzt hier zu den einzelnen Steinen hin, gucken hinter die Hütten. Der jetzt offensichtliche Anführer hier läuft hier vorne zu dem Steinhaufen hin. Der explodiert das und wird sich dann halt da hinknien und gucken, was hier genau ist. Und der prüft so mit seinen Fingern. Wenn der da steht, ist da ein Stein, da würde ich gerne mal den Motorikus-Zauber auf einen losen Stein, der da bei ihm direkt vor den Füßen liegt, wirken. Tu es. Rule of cool. Schau es gleich. Ja, drei Mark schafft. Ja, perfekt. Was möchtest du tun? Ja, genau. Der Stein sozusagen soll in die Höhe schweben und auf Höhe seines, ja, ein bisschen oberhalb des Kopfes zum Stehen kommen. Okay. Du siehst plötzlich, wie dieser Stein anfängt zu wackeln und langsam aber sicher erhebt sich dieser Stein nach oben hinweg auf wirklich deine Höhe von diesem Typen. Und jetzt sitzt dieser Mensch auf dem Hosenboden. Er nimmt die Arme zurück, er reißt die Augen weit auf und sagt, Zauberei, Zauberei, was, 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 was ist hier, was ist hier los? Und du siehst, wie er so ganz, ganz wild, wie so ein, wie so ein, ja, Kind, was sich abstützen will, so mit seinen Beinen und mit den Händen, immer schneller nach hinten läuft. Bis er auf die, auf die Hälfte von seiner ursprünglichen Position quasi gerade zurückgelaufen ist. Und brüllt diesen Menschen an, Timon, Timon, du mach was. Das geht dir nicht mit rechten Dingen zu. Ich sag dir, was dies ist. Dies ist der Zorn des Fecks, den du auf dich gezogen hast. Du schikanierst seinen Untergebenen. Du betrügst sie. Du unterschlägst Gewinne, aber auch ihr alle untereinander. Glaubt nicht, dass ich nicht gesehen habe, dass ihr sogar euch untereinander betrügt. Okay. Just in dem Moment, als du das rufst mit Adrix, ruft Timon zu seinen Leuten, die jetzt drumherum stehen. Der seht, wie er den Kopf immer so links und rechts nimmt und ruft dabei. Haltet Stand, ihr Memmen! Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid und wer euch bezahlt? Glaubt ihr, dass dieser komische Vogelfex hier euch dann wirklich das Geld in die Taschen blunkern lässt? Ich bin derjenige, der euch das Geld hier zahlt und außerdem habe ich euch schon bezahlt. Seht zu, dass ihr denjenigen findet, der hier uns weismachen will, sich für einen Gott auszugeben. Und diese Worte haben auch ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, Anklang gefunden. Wolfhelm steht plötzlich auf, also dieser Anführer, und brüllt jetzt seine Mann an. Seht zu, kommt hier hin und zieht eure Waffen und lasst uns diese komischen Vögel finden hier. Das kann ja wohl nicht sein. Geht auf die Suche! Und er läuft mit zwei seinen Leuten, läuft er hier in Richtung dieser zusammengenagelten Holztreppe, dieses Steges, der nach oben führt, aus der Hülle hinaus. Der andere, den ihr gesehen habt, der plötzlich aus der zweiten Hütte von rechts rausgekommen ist, der wartet jetzt durch diesen kleinen Fluss und verschwindet hinter der Hütte, die ihr sehen könnt, zu eurer Rechten. Und Timon und Blaufell, diese beiden, der Mensch und der Ork, die hier stehen, die haben ihre Waffen erstmal gezogen, stehen aber relativ unsicher da. Die, die jetzt in unsere, wahrscheinlich auch Hörweite, wenn wir nicht mehr schreien, kommen, würde ich gerne versuchen, mit so einem eindringlichen Flüstern darauf Bezug zu nehmen, dass der Anführer, Also ich weiß nicht, Fex hat vielleicht so ein, also Fex ist ja auch so ein Fuchsgott, das habe ich jetzt gerade recherchiert und vielleicht hat der ja auch so kleine, wie so, kleine Geiste, die mit dem sind, was weiß ich. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne sowas loslassen, wie, wenn der Anführer ja nicht gottesfürchtig ist, was hat er denn da noch alles zu verbergen? Und das ist zwar schön, dass er euch bezahlt hat, aber vielleicht hat er euch nicht genug bezahlt. Dann seid ihr sicher, dass ihr dem folgen wollt, weil eigentlich, wer den Gott nicht achtet, meinen Herrn Fex, der kann auch euch nicht achten. Sowas möchte ich gerne und das möchte ich gerne mit betören versuchen. Ja. Also halt so eher ein bisschen flüstern, also ohne, dass ich die Leute einschüchter, aber... Würfelst du gerade auf den Boden? Jawohl, ich würfel auf den Boden, ja, ich habe keinen Platz hier. Ja, ich habe sehr gut geschafft, ich musste nichts ausgleichen, also ja. Ja. Würde das denen so zuflüstern und wer den Gott nicht achtet, der achtet auch euch nicht. Seid ihr sicher, dass ihr ihm dienen wollt? Wollt ihr in die Falle meines Herrn Fex gehen? Ihr solltet euch das gut überlegen. Du machst mir echt Angst, wenn du sowas machst, ne? Trüger. Und genauso rede ich auch, also so ein bisschen, ähm, genauso. 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 Willst du das denn Timon sagen oder willst du das diesem Org dann... Nein, 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 ich will, dass diesen drei Typen, die in unsere Richtung gekommen sind, die von ihrem Timon nämlich rumgescheucht worden sind, weil ich will, dass die, den nachher, ähm, ne? Den will ich, also die sind ja nicht so super standfest, den Anführer will ich das nicht, ich will seinen Schergen will ich das zuflüstern. Ach so, okay. Was er vor ihnen verbirgt. Alles klar. Was er ihnen noch schuldet. Ja, ja, das möchte ich. Ich möchte sie gegen ihn aufhetzen im Grunde und das mit betören, mit meiner, mit dem Stimmchen. Mit meinem Stimmchen. Also, der Anführer geht hier weiter nach vorne und, ähm, kommt plötzlich zu einem Steinhaufen, hat seine Waffe gezogen und springt hinter diesen Steinhaufen und ruft ganz laut, und, ha, ah, keiner da, guckt seinen Mann an, die bleiben aber wie angewurzelt stehen, stecken die Waffen in die Scheiden, gucken sich gegenseitig an und geben Fersengeld. Die laufen mit einem Affenzahn hier oben über diese selbstgebaute, äh, Brücke und laufen, laufen, laufen und du siehst, wie sie plötzlich hinter den Häusern wieder oder hinter diesen alten Baracken hochkommen und, 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 und rufen, ich, ich lass mich doch nicht für so'n, für so'n, für so'n Scheiß hier abschlachten, das, das, nein, das, mit mir nicht, mit mir nicht, ich, 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 ich hab meinen, ich hab meinen Sonn erfüllt und siehst, wie diese beiden hier weiterlaufen, weiterlaufen und hörst nur noch aus der, aus der Höhle nach raus und so'n, ah, nein, lasst mich in Ruhe! Und die beiden sind weg. Wunderbar. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Ihr habt noch nicht eure Schuld beglichen! Wenn ich euch finde, schneid ich euch die Hände ab! Hört ihr, wie dieser Wolfheim von hier hinten, äh, ruft, der sich hier oben an die Treppe gestellt hat. Ein Träumchen, wie viele Leute sind jetzt denn noch da? Ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Gutes Personal ist schwer zu finden, genau so ist es. Also, äh, der Timon ist da noch, ähm, und der Ork steht da noch. Der Ork, mit dem Geld. Genau, die beiden sind jetzt auch weiter verdutzt und laufen aber auch eher in Richtung dieser, dieser Treppe und, ähm, also gehen rückwärts zu dieser Treppe und haben ihre Waffe gezogen. Und Blaufell trägt diesen, diesen dicken Beutel und die hört es auch, wenn er, wenn er sich jetzt bewegt, dass das nach barer Münze klingelt in diesem Sack. Ähm, ich hätte noch so eine Idee. Also, ich sehe ja eher fremdländisch aus für diese, ich glaube, wir sind eher im Norden und ich bin ja wirklich von weiter weg. Ähm, so hier, Jasmin-Look. Und was jetzt ganz nice wäre, wenn, ähm, Torquil, mein Ebenbild quasi mit gezogenen, ich habe ja hier so ein, äh, so ein Schild irgendwie mit Messern, also ich habe so fancy Waffen. Wenn ich quasi damit als, äh, Kopie hinter denen stehen würde, aber mit dieser Creepy-Stimme von eben, von vorne, die Einflüster, dass Fexy doch grüßen lässt. Weil ich sehe ja fremdländisch aus und ich kann ja meinen Kopf so ein bisschen verhüllen mit, also dass man meine Augen nicht so richtig sieht und dann kann ich so ein bisschen creepy gucken. Und dann kann ja mein Ebenbild auch wieder verschwinden, wenn Torquil das kann. Und dann ist das ja quasi so eine kurze Vision des Gottes Fex gewesen oder seiner Dienerschaft. Einfach, um die noch ein bisschen mehr mental abzufacken, weil es gab schon Blitze und die Leute sind abgehauen. Einfach, um die Leute nochmal mehr mental abzufacken. Ich glaube, so wird die Folge auch heißen. Ja, weil das, äh, aber ich meine, das ist gut für unsere Lebenspunkte. How to fuck people off in der Zeit. Vielleicht nicht so gut für Torquils Mana-Punkte. Ja, ich möchte die gerne psychisch terrorisieren. Das ist mein Plan. Ja, Matthias, was sagst du dazu mit Torquil? Kannst du das Torquil? Ja, wollte ich, äh, mal gucken. Also wenn ich so ein bisschen flimmere oder so, das ist auch ganz nett, so als Nebeneffekt. Also, dass ich wirklich so, so eine Vision bin. Somit halt ein bisschen verschleiert und aber halt die Waffen gezogen. Und im Zweifelsfall haben wir noch so eine coole Bombe von den Pilzen. Können wir im Zweifelsfall noch hinterher schmeißen. Unzählige Möglichkeiten. Du hast echt Ideen, ey. Es steht leider keine, keine genauere Beschreibung zu dem, zu dem Zauber da. Sozusagen ob ich die, ich, erst neben mir, ähm, also neben uns, äh, die, ähm, Illusionen kommen oder ob die auch für, ähm, zu einem, ja, zu einem Standort im Endeffekt illusionieren kann. Also ich würde es durchgehen lassen, Matthias. Okay, dann, wenn du das sagst, dann ist das, ja, dann mache ich das natürlich, ähm, dann, äh, muss ich dich einmal anfassen, weil der geht nur mit Berührung. Das ist, das ist, das ist, das ist okay. Ich würde noch meine Waffen ziehen, also damit das dann auch mein Ebenbild mit gezogenen Waffen und meinen Kopf so ein bisschen verhüllen und würde dir dann irgendwie so meinen Arm reichen, dass du, dass du mich da zum Zaun benutzen kannst. Gut, dann, äh, wirklich den Duplicatus, äh, ja, geschafft, Intuition, Geschäft und Karswang. Ja, geschafft. Marina kreuzt gerade die Finger, dass das jetzt gerade alles so funktioniert. Nicht nur Marina. Ich finde den Plan irgendwie gut. Super. Der Plan ist wirklich gut. Genau, und dann, äh, erscheint der Doppelgänger. Ja, ich würde das dann, also, wenn der hinter denen ist, würde ich weiter in diese Stimme von eben einflüstern. Gott, Facts, lass grüßen, wer betrügt hier denn wen? Wo, wo willst du die erscheinen lassen? Hm, also nicht so direkt, dass wenn die sich umdrehen, dass die das kaputt machen, so ein bisschen weiter hinten. Ja. Weiß nicht, dass die das aber... So Rule of Cool-mäßig, dass du plötzlich hinter so einem... Nicht die Dreck sehen, sondern wenn sie sich umgucken. Ja, dass du plötzlich hinter so einem Steinhaufen hervorflimmerst. Also hier so ein paar... Nee, einfach da stehen, nicht hervorflimmern, einfach da stehen. Auf einmal bin ich da, weil das macht ja dieses Götterding noch besser, dass ich weiter flüstere. Dann würde ich aber vielleicht lieber auf dem, auf dem, äh, äh, auf dem, von uns geblitzdingsten Steinhaufen sozusagen als... Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich würde dann weiter mit dieser Stimme von eben auch flüstern, also jetzt nicht unbedingt krass betören, aber die werden sich ja dann wahrscheinlich umgucken, wo diese Stimme herkommt. Und ich grüße von Gott Facts, dem Gott der Betrüger. Okay. Wo man sich doch gegenseitig nicht trauen kann. Boah, mit dir Cthulhu spielen, ich hab jetzt schon echt, ne? Ich hab jetzt schon ein bisschen... Hab ich mich jetzt schon drauf wieder. Ich muss Licht anmachen, ich muss Licht anmachen, wenn wir dann spielen. Also so im Dunkeln oder so kann ich das dann nicht. Du musst ein bisschen Licht haben. Ich geb mir da noch ein bisschen mehr Mühe. Aus diesem kleinen... Auch noch mehr? Aus diesem kleinen Steinhaufen, wo Matthias vorhin mit Tochel diesen Blitz reingejagt hat, ähm... Kommt ja immer noch so ein bisschen Rauch so oben raus. Und aus diesem Rauch plötzlich schält sich die Umrisse von Ayla Nora. Und du sprichst zu der Wache oder sprichst du jetzt zu Timon und Blaufell? Ne, zu den beiden. Weil die haben ja jetzt gerade ihre Leute verloren und die sollen sehen, warum. Ja, okay. Du flüsterst den beiden auch dann wieder so in deren Richtung. Die Wache, die hinter dir steht, die zieht ihre beiden, ähm... Schwerter. Und kommt auf dich zu. Ist noch nicht ganz in Reichweite. Aber Timon und Blaufell... Den siehst du jetzt wirklich an, dass die Schiss kriegen. Also die sind wirklich jetzt gerade völlig aus... Völlig out of order. Den ist jetzt völlig alles egal. Die fangen an zu rennen, drehen sich um und geben Hackengas. Die laufen hier hoch über diese selbstgezimmerte, ähm... Stegpritsche-Kram. Rennen Wolfhelm komplett über. Wolfhelm fliegt von oben runter. Das sind so ungefähr zwei Meter. Der fliegt da runter und hört nur noch so ein Schrein. Ah! Und unten so... Wie er auftrifft. Während Blaufell voran hier oben über diesen Stich rüberkommt. Ihr seht, wie er wieder hinten, wie bei den anderen beiden gerade, die abgehauen sind. Wie die Umrisse der beiden zwischen den verransten Hütten plötzlich auftauchen. Und die beiden laufen und laufen und laufen aus der Höhle raus. Der läuft jetzt mit dem Geld weg. Das will ich nicht. Ja. Deswegen wirke ich ignifaxios, dass der sozusagen direkt, wenn der, äh... Der, der den Sack trägt. Hier zwischen den zwei Hütten ist doch so eine, ne, ja, eine Schneise, sag ich jetzt mal. Genau da. Ja, ich will ihn nicht treffen. Ich will ihn davor oder unten drunter irgendwie, sodass er den Sack loslässt. Ja, okay. Kannst du machen. Das wird aber definitiv schwieriger. Ja, ist okay. Also das wird definitiv schwieriger. Und da muss man sagen, dass du da eine Schwierigkeit von leider aber Gottes minus vier draufkriegst. Das, äh, kann ich ausgleichen. Das ist keine Rolle. Also minus vier auf jedes, auf jedes, äh, Attribut dann jetzt, ne? Äh, äh, äh... Okay, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, äh, äh, no rest no fun. Das klappt. Äh, acht. Ja, Fim, das hat geklappt schon mal. Ich seh da schon, wie, wie Torkil jetzt schon die Flamme in der Hand... Eine Eins ist doch gut, gell? Eine Eins ist super. Eine Eins ist richtig gut. Äh, äh, äh... Und... Ja, das kann ich ausgleichen. Ja, gut. Hat geklappt. Alles klar. Wow. Dann sag mal, du willst also diese, diese Flamme, willst du diese Flammkugel, die willst du jetzt hier hinten durchjagen? Und unter diesem selbstgezimmerten, ähm, Steg quasi explodieren lassen? Ja. Ja. Oder so, so, genau, auf, auf dem, so, so halb, also vielleicht so an der, an der, an der, äh, Tunnelwand, die ja, das scheint ja eine, genau, das scheint ja eine, genau, das scheint ja eine, also eine Tunnel zu sein oder ein Gestein zu sein dahinter. So, irgendwie so da, da, dass es daran zerplatscht vielleicht. Okay, alles klar. Das funktioniert auch, ähm, und das Timing ist quasi perfekt. Du siehst, wie diese, wie diese, wie diese Flammkugel hier vorne angeschossen kommt und genau in dem Moment an der Wand zerspratzt, wo Blaufell, ähm, kommt. Er kommt ins, äh, Straucheln, der Beutel fliegt, aus dem Beutelfeld ein kleinerer Beutelfeld raus, die beiden rappeln sich auf, greifen den anderen Beutel und laufen weiter. Die sind nur noch, die sind nur noch am Schreien. Die sind, äh, die sind weg. Also die laufen hier weiter, 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 weiter und sind irgendwann jetzt gleich aus der Höhle quasi raus. Die sind nicht mehr zu sehen. Aber der eine Beutel ist hier oben. Der bleibt da liegen. Wolfheim, äh, oder Wolfheim, äh, liegt nach seinem Sturz unten und, äh, ihr hört ihn nur noch so ein bisschen winseln. Anscheinend war der Sturz auch so zwei Meter, äh, Höhe, wo er jetzt dann wie so ein Käfer auf dem Rücken liegt. War vielleicht nicht ganz so nett und, äh, ihr hört, wie er leise flucht. Ihr könnt aber nicht genau verstehen, was er flucht, aber irgendwas wird er fluchen. Ähm, weil das ist schon deutlich zu hören, dass er, dass er flucht. Gut, die Wache hat sich jetzt von dem, ähm, Zelt entfernt und kommt jetzt aber langsam aber sicher zu diesem Schattenbild zu Alanora. Der ist irgendwie ein bisschen, na sagen wir, er hat einen begrenzten Horizont. Also, ähm, er kommt dahin gelaufen, hat seine beiden Schwerter gezückt und sagt nur, was ist denn das für ein komisches Ding? Und fängt an, drauf rumzuhauen. Aber es geht immer nur so durch, so, das muss doch wehtun. Und haut wieder drauf. Und der hört überhaupt nicht auf. Aber er macht weiter. Er ist ja der Einzige, der da noch steht, oder? Ja, der Einzige, der da noch steht. Also an Leuten. Genau, also den, den anderen, der sich hier unten zu der Hütte gegenüber auf diesem kleinen Fluss, äh, begeben hat, den, den seht ihr hier gerade nicht. Der ist außer sich weiter. Das ist gut. Dann würde ich nämlich, äh, äh, so hintreten, dass dieser begrenzt aussehende Typ, der auf mein Ebenbild schlägt, mich weiter weg sieht, verhüllt mit diesen, ähm, krassen, äh, Waffen. Aber ich würde nur stehen. Ich würde, also, hm, ich weiß nicht, ob er mich dann sieht. Vielleicht muss ich mich irgendwie bewerkbar machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann Adrix nochmal rufen oder so, aber so, dass der Typ mich sieht. Aber dass ich einfach nur da stehe und wirke. Also, weil er sieht mich ja dann doppelt. Ach so, ja, okay. Vielleicht freakt ihn das so ein bisschen aus. So, ja. Sarah, mit Adrix, was, was, was machst du? So, ähm, du glaubst wirklich, meinen Dienern und mir gefährlich werden zu können, erbärmlicher Sterbling. Wieso redet Frau doppelt? Ich sehe, dass du redest und Frau dahinter auch reden. Ihr seht gleich aus. Vielleicht müssen wir doch kämpfen heute. Wie lange, wie lange bleibt denn dieses, äh, dieses, dieses Ebenbild da stehen? Matthias, gibt's irgendwie eine Zeitspanne? Zehn Runden steht hier. Oh, so. Oder, ja, genau. Zehn Runden, ja, die dürften so langsam, aber sicher dürften die, dürften die um sein. Und ihr seht auch schon so langsam, wie dieses zweite Ebenbild von Aylanora so langsam, aber sicher zerfasert. Da würde ich da sagen, Waffen raus und los geht's, oder? Hm. Ja. Den kriegen wir kaputt. Also, meine Waffen sind ja schon raus. Ich würde so elegant wie möglich diesen Absatz darunter springen. Ich hab sieben Körperbeherrschung, das sollte klappen. Und ganz gemächtlich auf diesen Typen zu gehen und so ein bisschen meine Säbel hier so elegant durch die Gegend schwingen. Ja. Dass er sehen kann, etwas passiert. Aber ich würde das nicht hektisch machen. Ich würde das ausgesucht und elegant machen, weil ich bin ja jetzt im Moment eine Dienerin des Fex. Ja. Also, zumindest für alle, die Dien haben auf diesem Platz. Also, du kommst da auch runter, ist überhaupt kein Problem. Für dich da dieser kleine Vorsprung von zwei Metern, das ist für dich kein Problem. Du kommst da überhaupt ratzi-fatzi runter. Die Wache, die gegenüber dir jetzt steht, die wundert sich jetzt so ein bisschen. Das ist dieselbe Frau, die gerade hier verschwunden ist. Aber ich habe eine Aufgabe. Ich soll Wache halten. Hier darf keiner rein. Auch du nicht. Und der bleibt hier vorne stehen. Also, ihm hat sich so ein Stückchen zurückgezogen. Ich würde weiterhin auf ihn zugehen. Ja, okay, alles klar. Hoffentlich gefolgt von meinen Gefährten. Ja, ich wollte gerade fragen. Matthias. Gefolgt von deinen Gefährten. Genau. Ich laufe auch, wir laufen hinterher, würde ich sagen. Okay. Zara, Adrix hat, glaube ich, eine Armbrust. Kann er sein? Alles wird definitiv eine Armbrust. Mary Nieder. Du könntest sie, du könntest sie benutzen, wenn du möchtest. Genau. Ich habe eine leichte Armbrust. Da steht mir nur nicht, wie ich sie einsetze. Um einen Fernkampfangriff durchzuführen, ist eine Probe auf Fernkampfgelegen mit einem 20-seitigen Wurf. Ah, okay. Da würde ich dir sogar eine Erleichterung von plus zwei drauf geben, weil er steht da wirklich in weiter Feld und Flur, steht er relativ breit, dicklich, ist definitiv größer als du und hat nichts drumherum, wo er sich dann würde verstecken können. Oh, cool, vielen Dank. Jetzt wirf ich ein 20. Jetzt wirf ich ein Net 20. Tja, 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 tja. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Hm. Hm, es gibt ja diese Möglichkeit, anscheinend bei DSA, dass es ja Schicksalspunkte gibt. Oh ja, oh ja, stimmt. Genau, da hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht wie viele, aber ich nehme auf jeden Fall jetzt gerade einen Schicksalspunkt. Ich glaube, das ist regeltechnisch durchaus machbar, wenn man dann einfach sagt, so man würfelt das neu, ne, mit einem Schicksalspunkt, das dürfte normalerweise eigentlich gehen. Ich glaube, das hat es doch schon mal gesagt, ihr habt, okay, dann, Götter, ihr habt jetzt einmal kurz weggeguckt. Oh, Gott sei Dank, jetzt ist eine 3. Also, absolut geschafft. Perfekt. Dann würfel doch mal Schaden mit der Armbrust. Ich würde dem Schaden dann mit auf den Weg geben, verbal, faxless grüßen. Dass vielleicht auch alle anderen, die noch da sind, checken, dass das hier jetzt kein Spaß ist, sondern der Gott ist jetzt hier gekommen, um aufzuräumen. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ich gucke mir gerade, der Bogen hat mir nicht zugeschrieben, was du für Schaden machst. Ähm, Armbrust, ist das eine leichte oder eine schwere Armbrust? Eine leichte. Okay, dann machst du ein W6 plus sechs Trefferpunkte. Wow, da sage ich mich nein zu. Äh, acht Schaden. Acht Schaden? Wie möchtest du ihn töten? Äh, dann ins Gesicht? Ja. Einfach mitten rein ins Gesicht? Ja. In sein dümmliches Gesicht, nicht weil, ich erschieße nicht, weil er dümmlich ist, aber weil wir das gerade brauchen. Ähm, ja, dann mitten rein. Ja. So in seinem Verducken-Gesichtsausdruck. Du triffst genau zwischen den Augen. Ihr seht noch, wie der Typ anfängt zu schielen und das Letzte, was Aluna sagt, ist, oh. Und dann sagt er gar nichts mehr, bleibt steif stehen und fällt nach hinten um und bewegt sich nicht mehr. Wow. War das ein Mensch oder ein Ork? Das war ein Mensch. Den möchte ich looten. Also gucken, ob er was hat, was uns nützlich ist. Du fiese, ey. Aber elegant. Aber, ach so, du willst elegant looten. Naja, ich laufe hier einfach weiter. Ich meine, weißt du, da war gerade diese Figur und ich bin dann ja, ähm, mein reales ist, ist dann so ganz entspannt dahin gelaufen und währenddessen wurde dieser Typ erschossen. Und wenn ich da ankomme, ist er tot zu Boden gefallen und ich checke, was er hat. Okay, pass auf. Der ist jetzt, äh, der ist ja so, du gehst hier rüber, ähm, würfel mal einen W6. Zwei. Du findest zwei Silbertaler bei dem. Ja, nur zwei, das ist ärgerlich. Na gut. Ey, du hast aber ganz elegant gelootet. Also du bist, du bist quasi, äh, schwebend über diesen ganzen, äh, äh, Modder, der da liegt, bist du quasi drüber geschwebt. Ja, ich hab mir drei gefunden. Drei kann man besser durch drei teilen als zwei. Aber nun ja, das ist okay. Musst du ja nicht sagen, dass du was gefunden hast. Das ist in Ordnung. Ja, ich steck das jetzt erstmal ein. Okay. Ähm. Ihr anderen kommt hinterher? Mhm. Okay. Ihr beguckt euch, äh, euer Tagewerk. Ähm, ja, da liegt ein, 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 ein dicklicher, großer Mann. Glatze. Kein Bart. Und schielt immer noch auf diesen Bolzen, den er quasi zwischen der Stirn hat. Und von hinten hört er jetzt plötzlich ein, ein lauten, äh, und ihr seht, wie jemand mit einem, ähm, Säbel auf euch zugelaufen kommt. Und der möchte jetzt direkt auf Torkil drauf. Und Torkil, du bist so überrascht, dass der, ähm, dass der, dass der von hinten ankommt. Ähm, und der fängt jetzt an, quasi, dich von hinten zu hauen. Dann, ne, möchte ich ja gerne ausweichen. Okay, du möchtest gleich ausweichen. Erstmal gucken, ob er trifft. Jo, er trifft. Du kannst versuchen, auszuweichen. Das ging nochmal wie. Ähm, du hast einen, einen Ausweichenwert. Ja, genau. Genau, und da würfelst du, ähm, äh, mit einem W20. Und das Ergebnis muss niedriger oder, ähm, gleich hoch sein. Äh, okay. Äh, nein. Okay, der trifft. 21. Der trifft dich. Du bist so überrascht von dem, ähm, dass er, äh, dass er von hinten plötzlich angekommen ist. Weil den hattet ihr so irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ihr hattet gedacht von wegen so, der, ähm, der hat sich abgesetzt oder sowas. Ähm, und der macht dir zwei Schaden. Zwei Fragen, äh, genau. Das geht ja natürlich nicht. Wer ist dran von euch? Möchtest du gerne eingreifen. Möchtest du zurückschlagen, Matthias? Oder möchtest du sagen, ähm, ich zieh mich ein Stück zurück und lass sie, ähm, den anderen den Vortritt? Ja, äh, äh, ich, äh, ich, äh, genau. Äh, ich zieh mich eher zurück. Ich bin ja nicht so der Nahkämpfer. Dann, äh, soll ich vorstürmen? Mal einen Felsspalter? Kannst du gerne machen. Ja, äh, ich, äh, also Attacke gelingt eigentlich, wenn er nicht ausweicht. Äh, er möchte natürlich versuchen auszuweichen, weil, ähm, ich denke mal, du wirst jetzt von oben angestürmt kommen, mit deinem Felsspalter oben über den Kopf, äh, auf ihn zu. Ja. Und rennst und rennst und rennst und er fängt an, äh, zu überlegen, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? Schreiend. Ähm. Schreiend auf ihn zu. Aber du triffst. Cool. kannst dem Schaden machen. Cool, das, äh, mach ich dann auch. 13 Schaden. Ach, wie, 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 wie. Ja, ja, ja. Sarah, sag einfach, wie du ihn töten möchtest. Ähm, ich überlege halt, wie hoch ich mit meinem Blitz kommen, ähm, einfach dann mitten in den Brustkorb rein. so viel versenken, wie es geht. Es ist ein Felsspalter. Ich denke, ich komme da durch. Es ist ein Brustspalter. Ein Brustspalter, genau so ist es. Du triffst ihn vorne und dein Achsblatt kommt hinten wieder raus. Also ich hacke ihn einmal quasi halb durch, so irgendwie von schräg oben. Ja. Cool. Und mit einem gurgelnden Geräusch und mit einem Schmatzen setzt sich dann auch diese Axt fest und der Typ sackt einfach in sich zusammen. Und du hast ein bisschen Mühe, weil du doch ein bisschen zu viel Kraft in die ganze Geschichte reingelegt hast, dass du deine Axt da wieder rauskrasst. Dann stelle ich da meinen Fuß mal gegen und sie legt mich da mit einem Gewicht gegen rein, um es rauszuhebeln. Und mit einem schmatzenden Geräusch ziehst du die Axt aus dem Brustkorb raus und es hängt noch allerlei Kram dran, der an so eine wunderschöne Zwergenaxt eigentlich nicht dran gehört, aber ja. Er ist tot. Das wische ich mal an den Klamotten des kürzlich verschiedenen ab. Mhm. Den gröbsten Dreck kriegst du auf jeden Fall ab. Trotzdem sagt deine Axt, dass sie halt dementsprechend Blut getrunken hat. Ja, ich putze das später. Ich weiß nicht, ob sie nicht gleich noch schmutzig wird wieder. Ich würde meine Gefährten angrinsen, die beiden Silbertaler nehmen, die ich gerade gelootet habe, zu jedem einschnipsen und mit einem Lächeln sagen, Fex lässt grüßen. Ich gehe einmal zu unserem Freund, der da die Treppe runtergefallen ist und gucke mir mal an, wie es dem geht. Ja, also du läufst hier hinten rüber und gehst mal zu dem Menschen, der da unten liegt. Die Waffe hat er während des Sturzes fallen lassen. Die liegt jetzt ungefähr so zweieinhalb, drei Meter liegt die hinter ihm. Kommt er auch so nicht ran und er liegt da wie so ein Käfer auf dem Rücken und hat sichtlich Schmerzen und bewegt sich nicht. Ich rufe meinen Gefährten zu, sollen wir ihm helfen oder sollen wir erlösen? Sollte er denn mal bewusst sein und kann das selbst mitentscheiden? Ich trete noch mal gegen das Schienbein. Als du ihn trittst, bewegt sich der ganze Körper und du hörst so ein Ich bin hier an der falschen, an der falschen Stelle eigentlich. Sollte das ein ganz einfacher Auftrag werden, aber nun seht zu, dass ihr tun müsst, wenn ihr wollt. Mein Leben ist sowieso verwirkt. Ich spüre meine Beine nicht. Dann würde ich ihn mal noch am Leben lassen, solange bis wir geguckt haben, was in den Zelten ist, weil wenn da nichts ist und die Prinzessin nicht da ist, können wir ihn ja noch fragen. So ein bisschen. Wie lautet denn dein Auftrag? Mein Auftrag? Wir sollten hier für diesen komischen Ork und Taman, sollten wir hier wache stehen und eigentlich nur gucken, dass uns keiner hier überrascht, aber anscheinend seid ihr Hat ja nicht geklappt. Seid ihr ein bisschen schlauer gewesen als dieser verdammte Typ? Ja, deine Freunde sind ja auch abgehauen. Richtig netterweise. Das sind keine Freunde, wie ihr gesehen habt. Feiglinge, alles Feiglinge. Beschmutzen den Namen der Söldner. Was meint mein Charakter, wenn er sich so den anguckt? Kann ich ihm helfen? Seine Wunden zu heilen? Oder ist das schon zu spät? Also es ist zu spät. Also du siehst, wie sich unter seiner unter seinem seiner Hüfte sich eine Blutlache bildet, die auch relativ rasch größer wird. Okay. Also auf irgendwas muss er draufgefallen sein, was da irgend mehr kaputt gemacht hat, als es sein sollte. Ja, dann sage ich noch zu ihm Grüß, Feig. Ihr wart trotzdem ein guter Mann bestimmt. Und drück ihm langsam mein Dolch in die Brust. Ja. und mit einem gurgelnden Ihr werden uns wieder sehen stirbt er. Gute Gurgel-Effekte. Ja, ich glaube, das war besser, als ihn hier leiden zu lassen. Das hat bestimmt wehgetan. Okay, auch er ist tot. Ich durchsuche ihn. Außer blutdurchtränkten Stofffetzen und seinem Kutschwert, was doch eigentlich ganz schön ist. Das ist ein ganz schön gearbeitetes Ding. Findest du Würfel mal einen W6? Eine Vier. Eine Vier. Du findest auch vier Silbermünzen in einem kleinen Beutel. Ja. Ja, das Kurzwert stecke ich mal ein. Wenn es so schön ist. Schön ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Willst du zurück zu deiner Gruppe dann laufen? Ja, genau. Vergiss den Beutel nicht. Hol den Beutel. Ja, das war implizite einstecken. Achso, den anderen Beutel. Der geht doch eh oben raus. Achso, na gut. Ja, okay, alles klar. Okay. Dann gucken wir doch erstmal noch in das Zelt. Also ihr habt, genau, also ihr habt diese Hütten, habt die hier stehen. Es ist quasi sehr, sehr still geworden in der Höhle. Kein Windchen ist gerade mehr am Wehen. Ihr hört nur noch das leise Plätschern dieses kleinen Bächleins, was hier durch die Höhle durchgeht. Und aus einem Zelt hört ihr plötzlich so ein Ja, ich zücke. Also meine Waffen sind ja noch gezückt. Ich würde auf das Zelt mit den Geräuschen zugehen. Und so mit meinem Deutsch die Plane. Es ist eine Zeltplane oder eine Tür, die ich öffnen muss. Es ist eine Tür. Also teilweise, wo diese Hütten eingestürzt sind oder kein Dach mehr drauf ist, haben die Plane oben drüber gemacht. Aha, okay. Öffnet sich die Tür nach innen oder nach außen? Nach innen. Okay, dann öffne ich die Tür vorsichtig, aber trete die dann so auf. Also dass ich jetzt nicht ganz langsam aufmache und reinlaufe und dann da ungeschützt bin, sondern ich drücke so die Klinke und trete dagegen. Also du wirst wieder so einen geilen Auftritt hinlegen, so. auch das, ja, muss ja bei der Profession getreu unterwegs sein. Ja. Wo kommen die anderen mit hin? Kommt ihr dahinter her, stellt euch daneben oder wie habt ihr euch da positioniert? Also ich gehe die an und selte durch. Also ich, 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 ich watschel auch dahinter her. Alenora, du machst die Tür also etwas sehr schwungvoll auf. Auf jeden Fall. Sie knallt auch an die gegenüberliegende Wand und kommt da wieder so ein Strittchen zurück, aber das reicht dir schon, um in diese Hütte reinzugucken. Du siehst einen, äh, einen weiblichen Menschen gefesselt an einem großen Stützbalken dieser Hütte und ihr gegenüber, also ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt mit Rücken zu Rücken an diesem großen Stützbalken, ähm, liegt ein, ähm, Soldat, von euch ausgesehen, in Farben gekleidet des Auftraggebers. Aber der ist in sich zusammengesunken, der bewegt sich nicht mehr. Aber die andere Person, die hat Knebel im Mund anscheinend, weil ihr hört noch so ein und einen Sack über dem Kopf. Hat eine braune Lederhose an und strampelt sich gerade oder sie möchte sich gerade die Fußfesseln halt auch abstrampeln. Also sie ist, ähm, durchaus wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Schinkenrollbraten ist sie da dran gefesselt. Aber sonst ist niemand mehr in dem Nein. Raum. Okay, wunderbar. Dann würde ich direkt zu dieser Person unter dem Sack gehen und würde schon, äh, beim hingehen, äh, mit meiner nicht so creepy Stimme versuchen zu beschwichtigen. Wir sind da, wir helfen euch, bitte hören Sie auf zu strampeln und, und keine Dritte mehr. Wir, 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 wir machen euch los, ähm, wir, wir sind da. Keine Panik. Und ich würde den, äh, ihr den Sack vom Kopf ziehen und, äh, ihre Fesseln durchschneiden, wenn mir das möglich ist. Ja, das, ähm, das kannst du, das ist nicht das Problem. Als du den Sack vom Kopf der Person abziehst, siehst du, ähm, in die Augen der gräflichen Tochter, die ihr retten solltet. Aber die gute Dame ist ein bisschen zickig, guckt dich an und sagt von wegen so, ja, seid ihr jetzt die Richtigen, die mich jetzt retten wollen oder seid ihr einfach nur wieder so komische Typen, die hier wieder als Nichtskönner ankommen und einfach wieder dann das dreifache Lösegeld bezahlen wollen. Und sie reibt sich dabei dann jetzt so die, die Handgelenke. Ich baue mich auf und nehme mein Tuch so ein bisschen vom Gesicht und starre sie einfach nur an. Mit meinen Waffen in der Hand. Aber ich mache die Fesseln gerade nicht los. Ich starre sie einfach nur an. Ja, was startet ihr denn so? Könnt ihr nicht zusehen, dass ihr meine Fesseln aufmacht? Von mir rumstarren und mir Waffen an den Kopf halten und so weiter und so fort und mich doof angucken? Kriegt ihr kein Geld? Ich stecke meine Waffen ein, schaue zu Atrix und meine Atrix. Das ist die falsche. Ich glaube, Fax wollte eine andere. Und ich würde mich bei Atrix einhaken, rausgehen und die Tür erst mal schließen, aber Atrix so zuzwinkern, wir kriegen das schon auch gelöst, aber erst mal gehen und ihm mitteilen, das muss die falsche sein. Und würde einfach rausgehen, die Tür schließen. Ist das auch so? Ja, das stimmt. Wir wurden ja nachher auf die Suche nach einer zarten, höflichen Person geschickt. Ja, die finden wir hier offensichtlich nicht. Ja, komm, komm. Lass uns gehen. Ey, halt, stopp. Wartet doch mal. Sie können ja nicht einfach jetzt abhauen hier. Das ist doch voll scheiße. Ignorier sie. Was glaubt ihr denn, wie es mir geht? Ich sitze hier seit vier Wochen, sitze ich hier in dieser Scheiße fest und dann, äh, das Einzige, was man hier zu essen kriegt, ist irgendwie so eine dünne Suppe und irgendwie verfaultes Brot. Glaubt ihr, ich fühle mich total toll? Und Hagen hinter mir. Hagen? 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 Hagen, nun sag doch was. Hagen! Hagen! Ich schaue Atrix an und mit so einem Blick gehen wir erst raus. Einfach nur so. Dann bin ich richtig gemein und sage so, vielleicht gibt es da ein gewisses Zauberwort, bei dem unser Magier helfen kann noch. Wie wäre es mit, ähm, bitte und danke, dass ihr mich gerettet habt? Ich drehe mich um und gucke sie an. Also ich effe ihr, effe ich so ein bisschen nach. Das ist nicht so gemein. Also ich dachte, das Zauberwort heißt Dukate, aber na gut, okay. Naja, Alter, die hat uns gerade richtig angezickt. Die hat uns ja richtig angezickt. Das geht ja gar nicht. Hast du ihr die Beinfesseln auch abgeschnitten? Nein, noch nicht. Ich hatte ihr erst mal den Sack über den Kopf weggemacht und dann wurde sie ja zickisch, die alte. Okay, aber die Handfesseln hast du ja abgemacht. Ja, na komm. Ja. Ja. Als ihr gerade so auch in die Richtung der Tür gehen wollt, hört ihr hinter euch so ein Puck, 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 Puck und ihr seht, wie, als ihr euch so ein bisschen über die Schulter umdreht, seht ihr, wie, ähm, Eldora so ein bisschen so mit zusammengebundenen Füßen hinter euch herhopst und die ganze Zeit so, äh, äh, es tut mir leid, es tut mir leid, ich will, ich will einfach nur nach Hause. Hagen, dieser Idiot, der sollte mich eigentlich retten, aber er ist tot. Sie haben ihn umgebracht. Ich will hier weg. Ich würde der Prinzessin die Tür aufhalten, aber ihre Fußfesseln nicht durchtrennen. Also ich würde elegant ihr den Weg nach draußen weisen und auch die Tür aufhalten, weil ich bin ja eine Dienerin, aber weil wir haben sie jetzt gerettet. Sie hat mich ja nicht gebeten, die Fußfesseln zu durchschneiden. Deshalb zeige ich ihr freundlichst den Weg nach draußen und lächle, aber sage nichts zu ihr. Sie kommt angehüpft. Hörst wie so Puck, 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 Puck. Auf deine Höhe. Sie guckt dich an. Hm. Guckt den Zwerg an. Hm. Guckt nach unten. Hm. Und hopft es weiter nach draußen, bis sie plötzlich Torquille findet und sagt, wer der Herr, wären sie so freundlich und würden mir die Fußfesseln zu aufschneiden, weil diese beiden hinter mir, die sind gemein. Nein, die sind nicht gemein. Ihr seid gemein und habt euch im Ton vergriffen. Das sind ehrenwerte Mitglieder meiner Gruppe und die haben schon ordentlich darauf reagiert. Aber natürlich werde ich ihnen die Fußfesseln abnehmen und das Zauberwort für die Zauberer ist Ducate. Nicht Danke und Bitte Ducate. Und in dem Moment ziehe ich mein Dolch und schneide die Fußfesseln durch. Vielen, vielen Dank. Sie zieht ihre Lederhose so ein bisschen nach oben hin und du kannst auf so geschundene Sprunggelenke gucken. Da haben sie wirklich diese Abdrücke des Seils in das Sprunggelenk reingearbeitet. Muss also wirklich wehgetan haben. Hat mein Vater nicht euch schon bezahlt oder steht das noch aus? Das steht noch aus bedauerlicherweise. Na ist egal, mein Vater wird mit Sicherheit sowieso alles mögliche bezahlen, wenn ich erstmal wieder zu Hause bin. Nun sagt, wo geht's lang? Ja, was ist denn mit eurem Begleiter? Ist der hinüber oder soll ich ihn mir nochmal einmal angauen? Ihr meint Hagen? Ja. Hagen ist tot. Das tut mir leid, werte Dame. Er fängt schon an zu riechen. Aha. Ja, dann wollen wir mal schnellstmöglich das Loch hier verlassen. Ja, da bin ich auch für. So geht voran, wenn ihr den Weg wisst. Ich würde hinter ihr gehen. Alles klar. Ihr geht also, wer geht vor? Ich kann vorgehen, von mir, ansonsten, bei mir ist es ja so, dass die Person, die hinter mir läuft, über mich ja immer noch weggucken kann. Ja, dann machen wir das so. Okay, alles klar. Ihr geht auch wieder hier diesen provisorischen, gezimmerten Stegholzweg hier nach oben hin in die Richtung Ausgang und kommt natürlich an die Stelle vorbei, wo es etwas schwärzlich ist und etwas ein bisschen nach Schwefel riecht und ihr findet noch den einen verlorenen Geldsack vom Lösegeld. Das kriegt Eldora natürlich nicht mit, dass ihr das plötzlich aufnehmt und von daher könnt ihr aus der Höhle hinaus und habt damit die Prinzessin quasi befreit und ihr vielleicht ein paar Manieren beigebracht. Genauso ist es. Einige Stunden später kommt ihr auch wieder an das Gehöft und draußen ist schon reges Treiben und als die erste Magd quasi Eldora sieht, fängt sie laut an zu schreien, sie ist wieder da, sie ist wieder da, sie rennt rein, ihr hört aus dem Haus, wie sie schreit, Eldora ist wieder da, Eldora ist wieder da. Der ganze Pulk von Menschen, die da wohnen, kommt da raus und unter anderem auch der Vater, der euch nachdem er seine Tochter umarmt hat, überschwänglich dankt, dass ihr seine Tochter wieder zurück geholt habt und er holt einen kleinen Sack raus, in dem für jeden ein kleines Säckchen drin ist, wo zehn Goldmünzen drin sind, für jeden nochmal extra on top und er fragt, nun sagt, habt ihr habt ihr auch das Lösegeld noch gefunden oder haben das diese seltsamen Orks und dieser Kursdieb haben die das mitgehen lassen Ich würde ihn ganz traurig angucken, weil ich bin ja besonders gut und ich kann betören und so weiter und würde ganz demütig meinen Kopf senken und ihm erklären, dass wir das, also es tut uns schrecklich leid, aber wir konnten es nicht mehr retten, also mitten im Kampf, mitten im Gemetzel gegen all diese Schergen sind wohl die Anführer mit dem Lösegeld geflohen und wir konnten gerade noch so ihre Tochter retten. Es tut uns wirklich leid, dass wir das nicht möglich machen konnten. Verdammt, Eila Nora, ich danke euch, dass ihr das auf euch genommen und ich danke euch Torkil und Adrix, dass ihr es wirklich möglich gemacht habt, meine Tochter nach Hause zu bringen. Geld ist nur Geld, es kommt irgendwann wieder, muss ich halt meine örtlichen Untertanen vielleicht noch mal zur Steuerkasse bitten, nicht wahr Töchterchen? Ja Vater, das ist total toll, das müssten wir vielleicht doch nochmal überlegen und damit endet unser Einsteigen Abenteuer von DSA 5. Wow, yeah. Ich muss mehr Stimmen drauf kriegen. Ich kann auch nur die creepy Stimme und die bitchy Stimme. Die bitchy Stimme, das ist Ja, ist doch so. Das wäre auch so ein Name für unsere Anna, die mit Butschi die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Ich habe auch nicht eine Butschi Stimme, sondern eine Bitchy Stimme. Ja, voll geil. Voll cool. Gibt es ein Was-wäre-wenn? Gibt es ein Wäres-wenn? Ja, es gibt ein Was-wäre-wenn. Dieses Was-wäre-wenn sieht im Prinzip wie folgt aus. Hättet ihr in der Räuberhöhle euch zuerst im Prinzip um den Hauptmann gekümmert, hätten alle anderen von den Räubern, die da noch gewesen wären, aufgrund von Demoralisierung, weil ihr den zuerst ausgeschaltet hättet, hätten die alle einen Nachteil auf ihren Attackenwert gehabt, von Minus zwei. Und Blaufell und Timon, die wären direkt stiften gegangen. Also hättet ihr euch da irgendwo in einen Nahkampf reingezwungen, wo noch alle dann im Prinzip da gewesen wären, hätten die sofort Reiß ausgenommen und ihr hättet keine Chance gehabt, überhaupt irgendwas von denen noch zu bekommen. Ihr hättet es auf die schleichmäßige Art probieren können, also sprich euch wirklich von Geröllhaufen zu Geröllhaufen immer schieben können, um nicht gesehen zu werden und dann so eine versteckte Attacke von hinten zu machen vielleicht oder euch von hinten in diese Häuser rein zu schleichen oder ihr hättet auch den offenen Kampf nehmen können, was vielleicht für unseren Magier nicht ganz so cool gewesen wäre, aber ich glaube, du hast ja noch einen Zauber irgendwie mit, wo du die Rüstung verbessern kannst oder sowas . Ist aber das haben wir ja dann entsprechend gut gelöst, weil ich dachte schon, Alter, das sind viele Leute, wenn wir da in Kampf rennen, sind wir am Arsch. Ja, das hätte man machen können. Also ihr hättet in der oberen Hütte, um euch das noch mal eben kurz zu erzählen, da hättet ihr ein Werkzeuglager gefunden. Das ist die Hütte ganz oben in der oberen linken Ecke der Höhle. Dort hättet ihr altes Werkzeug gefunden und ja, alles, was man im Prinzip für eine Bergbaugeschichte so braucht. Dort hättet ihr vielleicht einen Räuber erwischt, der sich gerade seine Waffen am schärfen. In der Hütte zwei und drei, das sind die Unterkünfte, das sind einfach gehaltene Baracken, wo das typische steht, Tisch, Bänke, Kommoden, so solche Geschichten, so ein paar Kisten, wo die Leute dann auch so ihre persönlichen Sachen eingelagert haben und da hättet ihr kleine Andenken finden können, ihr hättet Ersatzkleidung und halt noch den einen oder anderen Silbertaler finden können. Dann in der Hütte Nummer vier, das ist die Hütte, wo auch dann Eldora quasi mit Hagen gefangen wurde, die sind dann angekettet gewesen laut des Abenteuers hier, ich fand es aber schöner, dass hier an so einem großen Balken, der mitten im Raum steht, um diese ganze Hütte zu tragen, angefesselt sind, fand ich einfach viel netter. Ihr hättet die ganzen Fesseln hättet ihr auch aufreißen können, hättet ihr gar nicht irgendwie was aufschneiden müssen oder sowas. Wenn ihr dazu sogar Werkzeug aus der Hütte eins verwendet hättet, hätte man das Ganze, also wenn es Ketten gewesen wären, hätte man sogar eine erleichterte Probe bekommen. Dann in der Hütte fünf, das ist der Gemeinschaftsraum, in diesem Gemeinschaftsraum ist das quasi als Rohstofflager geplant gewesen und kurz nach der Fertigstellung hat man das aber auch aufgegeben, weil in der Höhle die dann auch nicht mehr so als Bergwerk genutzt wurde. Und in der sechs da unten, das war auch nochmal ein Rohstofflager. Also von daher habt ihr eigentlich alles gemacht, was man hätte tun können. Was hätte ich denn im letzten Abenteuer, als ich diese Proben verkackt habe, in diesem Raum finden können, zu dem ich getaucht bin? Oh, ja, warte. War da irgendwas fancy-mäßiges? War da was fancy-fancy-mäßiges? Warte. Wo ich irgendwelche Schädelhaufen auseinanderstapfen wollte und die haben gesagt, die macht das nett. Ja, das ist die Grabstätte gewesen, ne? Ja, genau. Da habe ich Wahrnehmung verkackt. Warte mal, warst du da in der Schatzhöhle oder was war das dann? Ich muss mal eben kurz auf die... Ja, ich glaube in der Höhle ganz links auf dieser Karte. Nummer sieben war das hier. Das ist die Grabstätte. Die orkische Grabstätte ist ein unheimlicher Ort, aber die Helden können hier einige kleine Schätze finden. Ohne Licht können die Helden lediglich feststellen, dass es in der Kammer toten Stelle ist und durch herumtasten einige auf dem Boden liegende Knochenhaufen herausfindig machen. Du hättest also, was ich dir vorgelesen hätte, wäre, der Boden ist an der Stelle des Auftauchens aus dem Wasser, aber auch nur da unterspült worden und eingestürzt. Zum Glück sind die Ränder des Loches stabil genug, damit man sich sicher nach oben ziehen und in der großen Kammer umschauen kann. Die Höhle wurde bearbeitet und weist eine rechteckige Form auf. An den Wänden erkennt ihr aufgebahrte Knochenhaufen, auf denen Steine liegen. Dieser Ort muss eine Grabstätte sein, doch ihr kennt niemanden, der auf Vom Hintergrund her ist das, dass die Orks das Höhlen System für ihren Götzen Teirach in Besitz genommen haben und ließen diesen Raum von ihren Sklaven mit Werkzeugen bearbeiten und zu einer toten Stätte ihrer mächtigsten Krieger machen. Die insgesamt 13 Knochenhaufen sind die Überreste einiger der besten Orkkrieger der Vergangenheit, die es in der Heldentrutz gab. Du hättest eine Handvoll Edelsteine gefunden und insgesamt 40 Silbertaler. Schade. Verdammt. Schade, Banane. Und was haben wir, wir sind ja so schnell in diese Höhle gegangen, vor dieser Höhle war ja dieser Steinaltar, war das auch einfach nur so ein Ork-Opfer-Ding? Wo ihr noch draußen gewesen seid? Genau, bei dem Gewitter. Du hättest an dem Altar, da hättest du gewusst, dass das diese Altar von Orks benutzt wurde, um Tieropfer darzubringen und dass der schon lange nicht mehr benutzt wurde und zwischen der alten Eiche und dem Höhleneingang bemerkst du diese zahlreichen Fußabdrücke und diesen verlorenen Lederhandschuh, was ihr aber gefunden habt und dann war ja noch der Vogel da, falls ihr euch erinnert. Dieser Vogel hat einen Ring getragen, ein Silberring mit einem eingravierten Fuchskopf, sprich das Zeichen des Fex gewesen. Und das hätte euch sogar einen Bonus gegeben, hättet ihr auf solche Sachen wie Glück oder diebische Geschichten oder irgendwie sowas gewürfelt. Aber ich finde, wir sind jetzt auf jeden Fall die Fex-Crew. Die Fex-Crew. Ja, wir sind die Diener des Fex, wir haben da richtig aufgeräumt. Ja, voll gut. Aber das war so verlockend, weil du dann sagtest, ja, und das Echo und das Halt und so und in dem Moment wusstest ich direkt, okay, damit kann man was tun. Kannst du solche Infos nicht geben. Doch, das fand ich mit Echoes und hin und her kann man wunderbare Dinge tun, um Leute so ein bisschen, ja. Ja, das stand nämlich nicht im Abenteuer drin, das mit dem Echo und so weiter und so fort, das war so impromäßig. Aber ich fand einfach die Rule of Cool einfach zu cool, um euch das nicht durchgehen zu lassen. Also von daher, egal wie man es regeltechnisch darstellt, die Idee war einfach viel zu cool. Also es war richtig super, das stimmt. Da konnte ich nicht anders. Ja, also wenn du schon Echo sagst, also weil du irgendwie gesagt hast, es wird viel verstärkt und zurückgeworfen, wo ich dachte, okay, das ist dann, so wie du das jetzt beschreibst, ist das ein ganz atypischer Höhenraum und dann kann man damit arbeiten, weil dann trägt das Geflüster auch, weil wenn du gut artikulierst, das trägt das ja super weit und so, wir sind Facts, yay. Vor allem mein Gedanke so, oh, wir müssen aufpassen, leise sein, nicht dass wir uns und du, wir benutzen es. Das ist viel besser. Das ist viel besser, deswegen die Frage, weil wenn die ja gottesfürchtig tatsächlich sind und Götter kommunizieren mit Menschen, dann kann man sowas ja machen. Wenn es so ein bisschen Magie gibt und komische Gestalten, sonst kann man das ja jetzt eher nicht machen, dann weiß man ja, dass da auf jeden Fall jemand ist. Also gerade in der Welt von DSA ist Zauberei nicht wirklich weit verbreitet, also anders in D&D, ich sag mal, da kann ja jede Schmied oder jeder, der irgendwie eine Garküche hat, kann zaubern. Gerade. Aber bei DSA ist das wirklich so, dass das Zaubern von Gelehrten nur möglich ist, die auch wirklich das Ganze studiert haben und auch die Möglichkeit dazu haben, das Ganze zu machen. Also wenn du aufs Land kommst und da sind plötzlich, weiß ich, drei, vier Bauernhöfe und du fängst an, irgendwie eine Flammenkugel durch die Gegend zu werfen. Dann bist du der Shit halt. Dann bist du der Shit Mord-Schafter unter sich hat. Ja, wir sind Facts. Nice. Also falls wir weiterspielen, würde ich sagen, wir machen uns selbstständig als Crew des Facts und heben einfach diese ganzen Diebes und Söldner-Sachen aus. Das ist ja viel besser, weil dann haben wir die Facts-Arbeit schon vorher gemacht und dann sind wir das Götter-Drei gespannt und dann holen wir uns irgendwie schicke Fuchs-Fell-Outfits und dann geht die Party los. Zack. Was sagt ihr denn überhaupt so zum Spielen DSA? Ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht die die Regeln so übernommen, hätte ich jetzt fast gesagt, in einigen Bereichen, wie sie hätten eigentlich gespielt sollen sein. Also ich würde sagen, dafür, dass es mein erstes Fantasy-Rollenspiel ist, fand ich es ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ah, das war dein erstes, Matthias? Ja, ich habe ja vorher nur Shadowrun gespielt. Ja, krass. Okay. Das hatte ich nämlich auch im Kopf, dass irgendwie dein erstes Fantasy-Rollenspiel ist und du warst direkt so voll gut dabei. Also ich fand, das hat sehr viel Spaß mit dir auch gemacht da. Gott, das ist ja auch krasse Zauber, ey. Mega. Ja, hier Ärmel auf und Attacke. Und alles, ja, ja. Marine, wie hat es dir gefallen, so DSA mal spielen? Ich mache es ganz gerne. Das Abenteuer war auch irgendwie ganz cool und ich konnte ja mit meinem Charakter mich ja ausleben. Das fand ich ganz schön. Ich fand auch das Würfeln okay, also ich mag das auch, wenn man die die Regeln so ein bisschen, ja, wenn man nicht alles hundertmal nachschlagen muss und dass es den Spielfluss nicht stört und das fand ich jetzt bei uns irgendwie ganz schön, weil das immer irgendwie ganz flüssig durchging und von dem her, ja, fand ich das ganz ganz schön. Ich glaube, dieses Flüssige ist einfach, dass, ja, wie gesagt, viele Regeln einfach noch gar nicht so gespielt wurden, wie sie hätten eigentlich gespielt werden sollen und von daher, aber das ist, glaube ich, in jedem Spiel so. Ich muss sagen, diese Einsteigerbox macht es wirklich Rollenspielanfängern sehr, sehr einfach. Also wirklich sehr, sehr einfach. Die Charakterbögen waren ja auch mega, mega genial. So mit den ganzen Werten schon ausgefüllt, mit den Erklärungen da links neben. Genau, das zum einen oder auch das Abenteuer, da steht wirklich drin, dass dann der, die angehende Spielleitung dann sagen kann, so, also, ihr habt jetzt am Altar jetzt folgende Möglichkeiten. Also, da ist ein Baum, da sitzt eine Elster, ihr könnt euch den Altar angucken, ihr könnt den Weg lang gehen oder guckt ihr euch, keine Ahnung, die Sterne an. Und von diesen vier Auswahlmöglichkeiten müssen sich die Mitspielenden dann irgendwas aussuchen. Da wir ja schon Rollenspielerfahrung haben, hat man das Ganze ja so ein bisschen dann halt seinen eigenen Twist gegeben. Das fand ich auch ganz cool. Aber ich glaube, wirklich für Leute, die gerade neu einsteigen in so eine Geschichte, ist das eine der perfekten Einsteigerboxen. Ja. Ja, das Amt war ja auch super aufgebaut mit erst so Mini-Gegnern und dann wurden die ein bisschen größer und das ist schon, das ist schon cool. Genau. Ja. Ja, doch. Mal sehen. Also es gibt noch weitere Möglichkeiten, was wir spielen können. Ich glaube, in der Einsteigerbox gibt es noch eine größere Runde, die man dann jetzt spielen kann und der zweite Teil der Einsteigerbox liegt hier auch noch. Also von daher kann man gerne weiterspielen, wenn ihr möchtet. Hm. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich, also wir sind jetzt Götterboten von Facts. Ja, hier, ihr seid die Facts-Crew. Ja, aber das ist halt saugut. Ich meine, wir haben jetzt was etabliert, was gut funktioniert hat und wenn jetzt unser Magier noch ein, zwei Tricks lernt und ich noch ein bisschen hier Blut an meine Säbel schmiere, was meinst du, wie das dann abgeht in der nächsten Illusion? Boom. Und dann kann Adrix hier fette, tiefe Stimme auspacken und dann geht's los und dann sind wir der Schreck von allen. So. Ich finde das richtig gut. Genau. Also Adrix bläst dann das Horn von Gondor, ey. Ja, das ist richtig gut. Das sollten wir etablieren. Ja, aber da müssen wir auch wirklich schauen, dass wir auch immer die richtigen Orte für sowas raussuchen, weil hier hat's ja auch wirklich für uns funktioniert, das Gelände. Müssen wir beim nächsten Mal halt aufpassen, dass wir wieder was aussuchen, mit dem wir arbeiten. Nee, da müssen wir so einen Flüsterzauber lernen, weißt du, wo man nur so einen Zauber quasi in den Kopf oder ins Ohr von einer Person, es gibt's bei D&D, glaube ich, so ein Whisper, whatever, dass du quasi nur einer Person die Flüster einflüsterst. Und wenn du dann so bei so einer Fünfergruppe bist und du jedem Zwietracht einflüsterst und das zwei Tage lang, dann bringen die sich gegenseitig um und für uns blab die Beute. Das ist viel besser, als ich die Fingerspitze. Das ist doch super. Oder zumindest schreiten die sich und gehen dann von dannen und dann zerfällt der Aufrag, den die hatten und dann haben wir natürlich leichtes Spiel. Und das ist ja viel besser, als unser Leben aufs Spiel zu setzen. Das denke ich auch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns bestimmt bei einer nächsten Folge nochmal wieder, wenn ihr denn möchtet. Ich sage bis dahin, Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.